Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 4. September. Heute dabei Twitter, Google Maps, Office 365, TikTok und Skype. Beginnen tun wir mit Twitter. Die testen derzeit zwei Funktionen. Zum einen eine neue Konversationsansicht und da ist es so, dass wenn ein Tweet gepostet wird und man reagiert drauf, dann wird die Antwort eingerückt und blau unterlegt. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, vielleicht muss man sich da auch einfach nur dran gewöhnen. Und die zweite Funktion ist eine Präsenzfunktion, sprich es wird angezeigt, ob man gerade online ist. Das passiert mit einem grünen Punkt, ähnlich wie es auch schon in diversen anderen Netzwerken, zum Beispiel Instagram ist. Und wie gesagt, beides wird gerade getestet, ob es denn auch wirklich so kommt. Gut, steht erstmal noch kurz in den Sternen. Aber gerade die Präsenzfunktion, die hat ja durchaus schon auf anderen sozialen Netzwerken für Diskussionen geführt. Und da ist es dann einfach wichtig und interessant, ob man die dann auch abstellen werden kann. Jo, auch gerade im Test ist ein neues Feature von Google Maps, was wirklich nur ein paar Leute eventuell zu sehen bekommen. Denn das ist jetzt auf einmal in der Android-App entdeckt worden, nachdem man sich den entsprechenden Code angeguckt hat. Und zwar eine Funktion für Berufspendler. Also sprich, die Route wird nicht mehr angezeigt, ja ganz normal nach Driving oder Transit im Amerikanischen, sondern nach Commnute. Das ist das amerikanische Wort für Pendeln. Und entsprechend kann man nach Hause oder zur Arbeit pendeln und bekommt die entsprechenden Routen und Alternativen angezeigt, weil im Regelfall so eine Pendlerroute natürlich zu den Stoßzeiten passiert, wenn alle zur Arbeit wollen oder alle nach Hause. Auch hier, wie gesagt, es wird noch getestet. Ob wir das so sehen werden, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Was aber auf jeden Fall passieren wird, weil es jetzt auch schon vor, glaube ich, drei Tagen angekündigt worden ist, ist, dass Microsoft Office 365 aufbohrt. Also das Home-Abo aufbohrt. Denn das konnte man bisher auf fünf PCs, Macs, Tablets oder Smartphones installieren. Sprich, also fünf insgesamt. Also wenn ich zwei Macs habe, ein Tablet und zwei Smartphones, dann war Schicht im Schacht. Und jetzt wird das auf sechs aufgebohrt. Also sechs Lizenzen bekommt man. Sechs Leute können das gleichzeitig nutzen und teilen. Und die Anzahl der Geräte, wo es installiert ist, ist unbegrenzt. Also die Lizenzen, da geht es wirklich darum, wer ist aktiv am Arbeiten und die Installation. Wenn die nicht benutzt werden, dann liegen sie erstmal da und warten auf den Nutzer. Und entsprechend, der muss dann eine Lizenz haben, die er dafür nutzen kann. Auf jeden Fall wurde so das Paket ein bisschen angepasst. Preislich natürlich attraktiver, weil man bekommt mehr fürs gleiche Geld. Und ja, ich selber bin ja zufriedener Office 365 Nutzer, sage ich mal. Und wenn ihr auch bisher Nutzer seid, vielleicht bringt euch ja das neue Vorteil. Ansonsten, wenn ihr noch kein Nutzer seid, guckt es euch doch einfach mal an. NIS News. TikTok. Ja, da werden einige jetzt nicht wissen, wovon ich rede. TikTok, das ist ein chinesisches soziales Netzwerk. Und die hatten halt vor einiger Zeit Musical.ly gekauft. Und vor knapp einem Monat oder sechs Wochen haben die Musical.ly gekillt. Zumindest den Namen. Und den Dienst zusammen mit TikTok in eine App installiert. Und die ganzen Musical.ly Nutzer und Daten wurden übertragen. Also, jetzt gilt es TikTok zu nutzen. Und die haben ein entsprechend neues Feature eingeführt. Und zwar Videoreaktionen. Auf TikTok sieht man Videos. Beispielsweise, wenn Leute irgendwelche Lieder singen. Und nun kann man direkt reagieren. Und nicht nur mit einem Text. Sondern während das Video spielt, kann man sich selber aufnehmen. Mit Bild und Ton, wie man darauf reagiert. Danach kann man entscheiden, wo diese Reaktion in dem Video gepostet wird. Und entsprechend damit reagieren. Klingt erstmal ein bisschen verwirrend. Kann ich nachvollziehen. Also wenn, guckt es euch ruhig an, wenn es eine Sache für euch ist. Ansonsten ignoriert es einfach. Und ähnlich ignorieren müsst ihr nicht mehr bei Skype. Denn Skype hat ja vor, ja, grob einem Jahr ein riesen Redesign eingeführt. Und da wurde ja alles clicky-bunty. Und die haben sogar Stories gemacht. Also Snapchat, Instagram Stories lassen grüßen. Bei Skype hieß das dann Highlights. Und irgendwie hat das keiner genutzt. Und kannte auch kaum einer. Und alle haben sich eigentlich, wie schon so oft bei Skype, mit jedem Redesign eigentlich nur darüber aufgeregt, dass es nicht mehr so simpel und einfach ist, wie es früher war und wofür es eigentlich gedacht ist. Und das hat Microsoft jetzt auch endlich erkannt. Die haben gesagt, okay, es wird anscheinend nicht genutzt. Die Leute wollen das nicht. Und wir fangen jetzt mal an, das Redesign zurückzurollen. Die Highlights werden entfernt. Alles wird wieder simplifiziert. Und ich bin da jedenfalls froh. Ja, das war es noch schon für heute. Also so viel ist nicht passiert. Es ist immer noch viel IFA-Action, obwohl ja natürlich auch die Neuigkeiten schon seit ein paar Tagen durch sind. Von daher, mal schauen, wie es morgen ausschaut. Ich wünsche euch einen guten Dienstag, schönen Start in euren Schul- oder Arbeitstag. Je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.